Einen wunderschönen guten Tag auf dem besten Kanal der Welt, keine Sorge, in Zukunft kommen wieder schön viele Trash-Videos hier, aber jetzt habe ich erstmal ein Anliegen und zwar möchte ich ein Outro basteln und ein Intro und das soll so richtig schön scheiße werden und generisch und so und dazu brauche ich schlechte Fan-Arts, also irgendein Bild von mir, vorzugsweise schon mit kurzen Haaren, das beschissenste Gewinn, ne, zwei, die besten zwei werde ich nehmen, wird dann Intro und Outro und für was genau werdet ihr dann in Zukunft sehen und schickt mir das auf Twitter, auf Instagram oder so und wenn ich das dann gewinnen lasse, wird das hier auch ausgezeichnet auf dem Kanal und dann wäre es gut, wenn ihr mir das nochmal irgendwie dann in Full-HD schicken könnt mit irgendeinem Link oder so, dann macht es gleich so oder so, also es gibt alle Möglichkeiten, ich lese alles, ihr könnt es auch hier in die Kommentare posten oder so, wenn das nicht durch den Spam-Film, ihr versteht schon, das wird ganz großartig und dann seid ihr zukünftig in so fast jedem Video, nicht auf dem Hauptkanal, aber was anderes, das wird ganz groß.